Wir sind ja bei weitem nicht die Einzigen, die Velofahren in dieser Riesenstadt fahren. Wir sind auch nicht die Einzigen, die Velokurier sind, also die Waren von A nach B transportieren. Also das Cargo-Velo war an jeder Ecke sichtbar. Die Velokurierzene, die wir sind und das, was hier im Alltag von vielen Velokurieren gelebt wird, ist es ein bisschen schade, dass das keine Verbindung findet. Ich habe eine grosse Hochachtung und finde das Cargo-Velo wunderschön in der Klarheit. Einfach, grosse Fläche. Hier ist ein mexikanischer Velokurier, der schon in Richtung eines nordamerikanischen und europäischen Velokuriers geht. Er hat auch eine Transportmaschine, die hinten eine grosse Fläche hat und wartet auch einen Markt auf die Kunden, der eine Ware nach Hause fahren kann. Jolanda, die habe ich aufgesucht, weil sie ein Geschäft hat, wo man ein Velokurier flicken kann. Und ich musste das Hinterrad neu aufbauen, weil ich in ein Schlagloch gefahren bin. Ich habe es nicht gesehen und das hat mir die Felge vertächt. Und dann, ja, haben wir das wieder hinbekommen. Aber es war nicht so eine einfache Sache. Es hat aber gehabt, es hat immer noch. Die Kultur der Velokurier mischt sich mit etwas, das Lucho Libre heisst, also eine Catchform ist. Und ja, wir waren bereit. Es sind auch immer mehr Kurier gekommen, die sich dann getroffen haben, wo es an ein erstes Rennen geht. Selber bin ich das Rennen dann auch gefahren. Ich habe mich gefreut, mich zu messen, auch mit mexikanischen Fahrerinnen, die mich übrigens geschlagen haben. Gut, ich meine, ich hatte ein besseres Velo und ich hatte wenig Luft im Pnoe. Danke, Kollege.